Hallo! Hi! Mein Name ist Luan. Mein Name ist Mel. Herzlich willkommen! Heute lernst du das A. A. Und jetzt du. Nochmal. A. Das ist das große A. Das ist das kleine A. So schreibst du das A. Das ist eine Ananas. A wie die Ananas. Ananas. Das ist eine Paprika. Die Paprika. Pap-ri-ka. A-na-nas. Pap-ri-ka. Und jetzt du. Ananas. Ananas. Nochmal. Paprika. Super! Super! Perfekt! Trip-pquest. Up next. DrOkay. Alice. Euis